Benutze deine eigene Technik, um dich in einen entspannten Bewusstseinszustand zu bringen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Visualisiere nun ein sanftes, rosa Licht auf dem Vulkan Tenegia auf der Kanareninsel La Palma. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Visualisiere das sanfte, rosa Licht, das den Vulkan und die tektonischen Platten der Region harmonisiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Visualisiere, wie der Vulkan Ausbruch verhindert wird und sich die Situation so positiv wie möglich auflösen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sieg des Lichts